Hallo und willkommen. Heute haben wir für euch ein Sommerprojekt, weil bald der Sommer startet und deshalb haben wir gedacht, als Begrüßung zum Sommer, es scheint schon die Sonne, es ist warm, haben wir gedacht, machen wir einfach mal ein Spritzprojekt mit der Wasserpistole. Und das seht ihr gleich. Hallo und hier sind wir, das ist Alexander Mauracher und wir spritzen schon mal das erste Auto nass. War das getroffen? Nein, auch nicht. Scheiße. Aber der hat uns auch geschaut. Man sieht den Strahl nicht so gut. Ja, hier befinden wir uns auf dem Dach. Unseres Hauses. Genau. Ja. Ziemlich genau sogar. Was? Ach du Scheiße. Genau. Was ich sagen wollte, ist, man darf uns nicht auf diesem Dach entdecken. Ich leg mich einfach mal hin. Äh, ja. Denn sonst kriegen wir ziemlich zusammen Schiss und das wollen wir nicht wirklich. Ach, der startet. Ach, der startet. Das Auto da ist natürlich ganz gut. Und film. Oh, das war getroffen. Das war getroffen. Wie geil. Das war getroffen. Der hat das Dachfenst offen gehabt. Der hat das Dachfenst offen gehabt. Wie geil. Ich glaube... Radfahrer, Radfahrer. Sollen wir den nass spritzen? Sollen wir Radfahrern nass spritzen? Nee, oder? Doch, nee. Doch, mach, mach. Scheiß drauf. Scheiße. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, jetzt kommt für eine lange Zeit wahrscheinlich kein Auto. Deshalb mache ich einfach mal eine Aufnahmepause und sage bis gleich mit einem Blick auf das schöne Haus. Auf Wiedersehen. Und hier sind wir wieder und da kommt auch schon ein geiler Wagen. Wir spritzen den einfach mal nass. Mach, mach, mach. Ja, geil. Das war getroffen. Das war so geil getroffen. Ach, scheiße. Da kommt noch ein Auto. Das war der Infinity, ey. Das... Den kennen wir. Das ist unser Nachbar, aber scheiß drauf. Ja, nicht unser Nachbar, aber... Ja, doch eigentlich schon. Achtung. So, wo fährt der hin? Da kommt ein weißer Polo. Und der kommt und wird sterben. Stirbt, stirbt, stirbt. Das war geil getroffen. Das war geil getroffen. Radfahrer, Radfahrerin. Hey, ziel nicht auf mich, ey. Nee, woanders hin, woanders hin, woanders hin. Ach, du Arschloch. Ich schwör's dir. Du bist so ein Wichser. Ja, das kommt schon. Radfahrer. Doch, mach. 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 Ach, hinterher. Aber das war nicht getroffen. Ja, machen wir beim Traktor. Da kommt ein Traktor. Kommt schon. Nein, da hat ein Radfahrer. Auf der anderen Seite. Radfahrer, okay. Nee, zuerst auf den Traktor. Nee, der kommt nicht so schnell. Zuerst auf den Radfahrer. Ach, das heißt hier. Der kommt, der kommt, der kommt. Ja, die Oberfläche kommt schon warm. Jetzt mach, mach. Hallo, du Arschloch. Ich hab gesagt, du sollst machen. Ja, ich hab nicht gesehen, das ist der Radfahrer. Da, jetzt kommt erst der Traktor. So. Wie ist der? Oh, wie geil. Das war voll hammer getroffen. Ist ja egal. Da hinten ist unser Filmkollege, aber der hört uns nicht. Der fährt gerade mit dem Rad weg. Ich kann es auch gerne mal filmen, wenn man ihn sieht. Nein, sieht man nicht. Ja, das kommt nicht, das Auto kommt. Ich hab so den Scheiß drauf. Oh, da kommt der nicht. Der kommt nicht. Okay. Ach ja, hier haben wir noch ein zweites. Auto. Da kommt ein Autofilm ab. Ach, scheiße. Da kommt noch ein Kollege von uns. Ben 300. Ben 300. Der cool 300 Master. Natürlich schön aufgeigen und, 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 und. Ja. Ja, wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Genau, kurze Aufnahmepause. Ich sag einfach mal, bis gleich nach dem Blick auf Alexander Mauracher. Und damit sag ich auf Wiedersehen. Da sind wir wieder zurück. Und heute haben wir aber, also heute ist es immer noch der selbe Tag. Auto natürlicherweise und nicht getroffen. Fail. Aber es wäre gut gewesen. Wir haben Ben 300 auch noch dabei. Man hat ihn zuerst schon mit dem Rad gesehen. Und er hat natürlich auch jetzt die zweite Wasserpistole. Wer erwartet denn schon die ganze Zeit auf ihn? Und da kommt ein Auto. Nein, es kommt nicht. Es fährt weg. Schade, aber... Ja. Ist jetzt auch egal. Wir liegen alle flach damit zu uns nicht. Ach, guck mal. Da hinten laufen Kinder. Das sind dumme kleine Kinder. Die können wir ruhig nachspritzen. Das ist der Dinos. Na, bei dem nicht. Ne, den kennen wir. Das ist von so einer Bäckerei. Ach, jetzt weht der Wind ganz schön heftig. Schade. Ach, wie geil. Wie geil. Der macht gar nichts. Wie geil. Der macht gar nichts. Ach, das ist Basha und Iheb. Das ist nicht Ibrahim, das ist Iheb. Die kennen wir. Lassen wir lieber die Radfahrerinnen holen. Das ist elastisch. Er tut Video drauf. Nein, du elastisch bist du. Nur weil du ein Türke bist, ey. Was? Nichts. Und ich sehe deine Waffe. Da kommt mein Mann. Ja, super. Wir machen eh nichts. Bei euch nicht. Wir kennen euch. Wir filmen ja nicht euch, sondern die Autofahrer. Echt Wichser. Ich lege mich jetzt lieber hin. Ich habe Schiss. Ah, der Boden ist so heiß. Ich kann da gar nicht liegen. Die auch nicht. Die kennen wir nicht. Dieses Lebenshilfe. Die kennen wir nicht. Oh, wie ist das los? Ja, ja. Oh, knallheiß der Boden. Ich muss mich auch wieder aufsetzen, weil es wird mir echt langsam richtig heiß. Ich gehe einfach mal da hin. Ja, ich glaube, das nächste Auto, was kommt, ist unser letztes. Denn jetzt brechen wir dann ab. Es wird langsam Abend. Wind zieht auf. Und ja. Ich glaube, ein Auto lassen wir noch kommen. Traktor. Traktor. Einen haben wir schon als Opfer gehabt. Nein, da kommt noch ein Auto. Nein, nein, nicht das Auto. Das ist die schon. Komm, der Traktor darf ruhig kommen. Ah, der Boden ist so knallheiß. Der Traktor darf ruhig kommen. Der darf ruhig kommen, ja. Der sitzt ganz schön hoch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und es geht wieder ein starker Wind. Ich lege mich lieber hin. Oh, getroffen. Getroffen, Jungs. Getroffen. Okay, ich glaube, dass das jetzt genug ist. Wir haben dann für den... Ah, Arschloch. Ich bin nass. Hallo. So. Ah. Okay. Zum Schluss noch eine kleine Wasserschlacht. Ah. Er fühlt sich gedisst. Scheiß drauf. So. Los. Hey, es passt schon. Ah. Er ist nass geworden. Er ist nass geworden. Und fühlt sich total gedisst. Ja, ja. Mal mit. Ah. Sie stehen ganz nah beieinander, haben sich scheinbar wieder vertragen. Ein Auto. Und ein Auto kommt. Wir filmen das einfach mal schnell. Wir filmen das noch. Wir filmen das hier. Der hat ein offenes Fenster. Ach du Scheiße, da haben wir reingetroffen. Wir haben in sein Auto rein... Ach du Scheiße, wir haben in sein Auto reingeschossen. Habt ihr das gesehen? Wie geil. Okay, also wir lassen es jetzt. Bis zum nächsten Video. Ach gut, wir können heute noch eins treffen, aber das wird dann noch extra zusammengeschnitten. Also bis zum nächsten Video. Wir sagen mit dem Blick auf die beiden Leute auf Wiedersehen. Er lädt noch schnell seinen Tank aus, der angeblich leer ist. Wir füllen das gleiche nach und dann vielleicht machen wir dann noch einen. Genau, also auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Auf dem Nachfüll. Genau. Ciao.